So, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Ahmed Sharif und ich hoffe, euch allen geht's gut. Erik ist auch wieder am Start. Der macht gerade noch das Praktikum bei mir und hat gerade die Initiative ergriffen und gesagt, komm, du hast ein paar Sachen zu erledigen, wir begleiten dich jetzt einfach mit der Kamera. Und zwar geht es um den E30 heute wieder. Den E30, da hatte ich ja gesagt, da muss auf jeden Fall der Zahnring gemacht werden, die Kupplung kommt ziemlich spät und noch so ein paar Kleinigkeiten, wie Kotflügel, es läppert sich die Arbeit, aber es sind viele Kleinigkeiten und das nehmen wir jetzt auch langsam mal in Angriff, das muss vorangehen. Und wir bringen den jetzt in die Werkstatt, holen von dort den BMW E90 318i ab. Den hatte ich in der Hofrunde auch angeeckt. Da war auch die Kupplung, die kommt ziemlich spät und die Motorlampe leuchtet. Und bei diesem Fahrzeug gibt es eine sehr, sehr interessante Story. Auf jeden Fall dranbleiben, wenn ihr wollt. Zuallerledigst hier den E30, da habe ich jetzt schon mal Zahnriemen, Wasserpumpe neu. Kupplungssatz wird jetzt auch neu gemacht. Diese Keilrippenriemen, ich weiß gar nicht, was das hier ist. Aber das ist die Wasserpumpe. Batterie habe ich schon neu hier reingemacht, weil die war ja am Ende. Und ja, den bringen wir jetzt da hin und nehmen dann den E90 mit. Dann würde ich sagen, erzähle ich euch, was beim E90 abging. Und das ist wirklich eine sehr heftige Kundenstory. Was heißt sehr heftig? Aber auf jeden Fall eine sehr interessante Story. Auf jeden Fall nicht nachmachen. Und dazu gleich mehr. Ich würde sagen, ich mache die Kennzeichen drauf. Ich mache die Tür auf, weil die Bolzen sind noch kaputt. Das gucken wir uns auch nochmal gleich genauer an, weil alle sagen, das kann man reparieren. Und ich bin der Meinung, das ist richtig abgerissen. Hat doch eine neue Batterie bekommen. Jetzt funktioniert auch die Zentrale wieder. Also das gucken wir uns jetzt auch gemeinsam an. Und ansonsten geht es rüber in die Werkstatt. Ich habe auch gar nicht mehr wieder geguckt. Nee. Mein Fehler. Das scheint wirklich von unten auch eine Schraube zu sein oder so. Scheint von hier unten, wer Ahnung hat. Also guck mal hier unten, ich hatte gedacht, das wäre abgerissen. Der Bolzen ist auf jeden Fall abgerissen. Ist das hier unten eine Schraube oder ein Bolzen, den man austauschen kann? Oder ist das fest mit dem Teil hier? Aber ich glaube, das ist jetzt ein Bolzen, so wie ich das gerade sehe. Dann kann man das bestimmt ersetzen. Da waren gerade noch Kunden da. Beziehungsweise sie gucken hier ein bisschen. Ah, da springt wunderbar an. Ich hoffe echt, dass es mit der Kopfdichtung nicht ist. Weil das werde ich auch überprüfen lassen. Aber guck mal, die kommt am Ende. Kommt komplett spät, ne? Ja, Batterie ist schon neu hier drin. Das funktioniert. Nächstes etwas. Ja, ansonsten. Wie gesagt, ich werde überprüfen auch von der Werkstatt lassen. Überprüfen auch von der Werkstatt lassen. Dass die Kopftechnik auf jeden Fall in Ordnung ist. Weil der verbraucht ja was, der verliert was, da ist das klar. Sonst wäre da keine Wasserflasche im Auto im Motorraum. Ansonsten, wie gesagt, ich habe zwar viele Kommentare gelesen, dass es Schrott wäre oder dass es komplett Fehlkauf wäre und sowas. Aber ich bin da immer noch ganz anderer Meinung, immer noch voll. Weil erstens, ich habe Spaß daran, den fertig zu machen. E3 ist ein sehr beliebtes Auto. Es gibt sehr wenige. Klar, es ist so ein Vierzylinder, so ein 316i. Aber auch wenn der vorne einen Unfall hatte, ein Kotflügel oder das Unterteil da vorne, dann ist es halt so. Es gibt wesentlich Schlimmeres. Ich habe mal einen gehabt, da haben wir hinten das Blech rausgeschnitten und neu eingeschweißt. Ja, auf jeden Fall habe ich den eigentlich in einer anderen Werkstatt gehabt. Habe dann natürlich vorher gesagt, was würde mich das kosten. Zahnriemen, Wasserpumpe. Ich wollte schon mal vorab das machen lassen, dass schon mal das A und U was ich machen will. Ich will zuallererst, dass das technisch top ist. Und ja, da war mir das auf jeden Fall zu viel. Also das war zu teuer für mich als Händler. Für den Verbrauch, Autonomalverbrauch ist natürlich angemessen gewesen. Aber für mich als Händler mit der Kalkulation war das zu teuer. Habe ich noch einen anderen Kollegen gefragt, da müssen wir jetzt hinfahren. Und da passt es auf jeden Fall. Also damit kann ich auf jeden Fall leben. Sehr fair gewesen, muss ich sagen. Für mich als Händler dann auch noch. Ja, und ich wollte eigentlich Erik auch ein bisschen interviewen. Weil Erik fährt nur E-Auto, dein E ab. Du fährst keinen normalen Autos, also kein Verbrennerauto und auch kein Schaltgetriebe. Schon mal keine gute Qualifikation, um im Autohandel anzufangen. Aber haben wir gerade eben festgestellt, ich wollte eigentlich wissen, ob Erik sein Ding, ob hier sowas sein Ding ist, so ein E-30 und sowas. Weil du bist ja eigentlich eine ganz andere Generation. Und ich war erstaunt über deine Antwort. Hast du ja gesagt, wenn, würdest du dir auch ein E-30 schüllen? Und wie kommt das? Einfach ein Auto mit Klasse, einfach ein cooles Auto, das hat auch Stil so. Ich weiß nicht, ob ihr ihn hört, aber er sagt, für ihn auch einfach ein Auto mit Klasse, mit Stil. Ist Erik seine Meinung dazu. Und Erik ist eigentlich nur E-Auto gewohnt oder fährt auch nur das E-Auto. Ist gar nicht aus dieser Zeit so E-30 oder E-36, würde ich sagen. Wenn ich das so sagen darf. Aber sowas sagt ihr auch zu, ne? Deswegen bin ich auch ganz zuversichtlich, dass ihr niemand kauft so als Daily, wenn er wirklich auch dann technisch und optisch top dasteht. Und ja, natürlich spielt für mich die Kalkulation eine Rolle, ne? Sprich, was kostet mich die Reparaturen, beziehungsweise den Wechsel von der Kupplung, Zahnring, Wasserpumpe, sowas wie Kohlflügel, sowas, wenn ich das natürlich selber mache. Aber natürlich spielt das eine große Rolle bei mir jetzt. A, es muss vernünftig gemacht werden, das ist klar. Deswegen eine Fachwerkstatt. B, es muss am Ende, für mich, soll es keine Plus-Minus-Null-Rechnung werden. Ich werde natürlich an dem Geld verdienen, ne? An dem Geld, an dem Auto natürlich verdienen, ne? Nicht so wie der Kevin, der meint, wo ich den Opel gekauft habe, dass ich schon an den Videos verdiene. Da habe ich mich auch erstmal schnell runtergeholt. Aber gut. Ja, ich würde sagen, wir chillen jetzt noch ein bisschen vor uns hin, Erik. Und ich gucke mal, wie weit wir da filmen dürfen können. Und dann würde ich sagen, werden wir in den E90 steigen. Und dann werde ich euch was zum E90 erzählen, weil das ist wirklich, die Geschichte ist wirklich anders. War aber auch, beide Beteiligten haben sich da nicht, wie nennt man das, vorbildlich verhalten oder Kommunikation hat auf jeden Fall nicht so hingehauen. Gut, ich würde sagen, bis später. Ja, oder bis gleich. So, mal eben, auf jeden Fall. Der weiße BMW E30 steckt jetzt hier in der Werkstatt, haben wir abgegeben. Und wir nehmen den BMW wieder mit. Da wurde jetzt die Kupplung gewechselt, komplett. Also einen kompletten Kupplungssitz. Ich habe den gerade schon mal umgeparkt. Ist auf jeden Fall schon mal ein Mega-Unterschied. Wie ich überhaupt dazu gekommen bin, ist, was ist mit dem Verkauf. Das Fahrzeug war ja eigentlich schon verkauft. Was er auf sich hat, erfahrt ihr gleich, während wir auf der Fahrt sind und uns erstmal einen Döner holen zum Mittag. Ne, Erik? Machen wir es so. Bis gleich. So, Friends, wir haben auf jeden Fall das Gelände jetzt verlassen. Ich fahre jetzt mal an. Die Kupplung kommt sofort. Und das war halt der Grund, warum die Kupplung gewechselt wurde jetzt. Und zwar kam die jetzt quasi, oder kam vorher am Ende. Also wirklich bei 80 Prozent. Dann ist es erst losgefahren. Hat auch schon geruckelt beim Anfahren. Ja, Fahrzeug war verkauft. Quasi. Ich habe das Fahrzeug gekauft von einem Kollegen. Probefahrt gemacht. Hat dabei auch schon gemerkt, die Kupplung kommt ziemlich spät. Ich konnte es auch nicht so genau deuten, ob die jetzt runter ist, ob die, wie auch immer. Auf jeden Fall kamen die sehr spät. Am nächsten Tag hatte ich schon Kunden. Die wollten eigentlich wie ein anderes Fahrzeug kommen. Und man kennt sich auch. Da hat man halt besprochen, dass man erstmal quasi nur eine Anzahlung macht und den Rest dann in einem Monat bezahlt. Ich weiß, sehr waghältig. War auch ein sehr großer Fehler von mir. Ja, auf jeden Fall sind die dann gekommen. Das andere Fahrzeug hat denen doch nicht zugesagt. Haben dann dieses Fahrzeug gesehen. Der kam den Abend davor quasi, habe ich das Fahrzeug bekommen. Also nicht mal sauber gemacht, gar nichts. Ja, auf jeden Fall gleich hin und weg gewesen der Kollege. Ich habe dann aber auch gesagt, ich habe gesagt, pass auf, Auto ist gerade erst reingekommen. Es sind Winterreifen dabei, es sind Sommerreifen dabei. Der Wagen hat noch anderthalb Jahre TÜV. Aber, mein Empfinden, kommt die Kupplung ein bisschen spät. Fahr selber, mach dir ein Bild davon und dann sehen wir weiter. Er gefahren und ich habe Ihnen das vorher gesagt. Er gefahren, also nee, wunderbar, alles top. Ich sage, okay. Dann können wir das ja machen. So, dann haben wir über das Finanzielle gesprochen. Und da fing es dann an. Ja, quasi bei Abholung, Anzahlung oder eine Woche später eine Anzahlung. Und dann den Rest innerhalb von einem Monat quasi bezahlen. So habe ich natürlich auch hin und her überlegt, hin und her überlegt, hin und her überlegt. Und ich muss sagen, ich habe denen schon ein Auto verkauft. Da ging es dann um einen kleinen Restbetrag, den ich später bekommen sollte. Das hat wunderbar geklappt. Und ich sage mal so, man hat ja auch so ein gewisses Bauchgefühl. Oder, ja, so Menschenkenntnis ist das vielleicht auch ein bisschen falsch. Aber man kann auch immer nur vor die Stirn gucken. Aber man hat so ein gewisses Bauchgefühl, dass ich gesagt habe, okay, ich kann das machen mit denen. Das wird schon funktionieren. Mach ich eigentlich auch gar nicht. Gar nicht. Aber in dem Fall war es irgendwie so, komm, Auto direkt dann verkauft. Und es hat ja schon mal funktioniert. Dann wird es ja auch dieses Mal wieder funktionieren. Und eigentlich wollte ich es nicht machen. Aber irgendwie habe ich gedacht, komm, Hof ist voll. Der Preis wäre auch gut. War auch gut, war auch für mich gut auf jeden Fall. Und das war wirklich ein sehr schickes Auto. Das ist 2008. 112.000 gelaufen zu dem Zeitpunkt. Ist quasi Innenraum Facelift. Aber von außen hat er noch die alten Scheibenwärter und Rückleuchten. 318i läuft wunderbar. Hier das M-Link gerade von innen auch sehr gepflegt eigentlich. Von außen auch. Also wirklich ein schickes Fahrzeug. Ja, dann haben wir uns dann irgendwie, habe ich mich dann hin und her gerissen. Habe ich das dann am Ende gemacht. Ich sage, okay, komm, machen wir. Nach, dann habe ich das Fahrzeug noch angemeldet. Nach drei oder vier Tagen am Wochenende ging dann die Motorlampe an. Da habe ich gesagt, ey, gar kein Problem. Kommt sofort vorbei. Montag lesen wir aus. Kriegen wir hin. So, habe ich ausgelesen. Dann war es der NOX-Sensor. Mit dem Steuergerät quasi. Der Sensor, die Lambda-Sonde, hängt da mit einem Steuergerät zusammen. Und das kostet ungefähr 300 bis 400 Euro. Habe ich gesagt, pass auf, gar kein Problem. Mache ich. Ich muss nur gucken, das ist das Teil Order. Das ist einfach das richtige Order. Und dass ich nicht auf ein originales zurückgreifen muss. Aber dass auch trotzdem ein Zabler funktioniert. Also es gibt mir ein bisschen Zeit. Und das hat ja keinen großen Einfluss. Motorlampe leuchtet, aber Auto läuft wunderbar. Jetzt gerade auch. Soviel zum Thema, gleich schon vorweg. Ich habe es nicht gemacht bis jetzt. Ja, dann kam auf jeden Fall niemand zum Bezahlen. Die Woche darauf, wo eigentlich abgemacht wurde, da soll was bezahlt werden. Parallel dazu muss ich aber auch erwähnen, habe ich ein Fahrzeug von denen bei mir gehabt. Was bei der Bank noch Summe X offen hatte. Und ich sollte das auslösen. Beziehungsweise ich habe das Fahrzeug zu dem Preis gekauft und sollte das auslösen. So, dann bin ich aber ein bisschen stutzig geworden. Weil es wurde mir gesagt, es ist so und so viel offen. Es war aber weniger quasi bei der Bank offen. Es war kein großer Unterschied, aber es war weniger offen. Da habe ich natürlich auch ein bisschen Angst bekommen. Weil wenn ich den jetzt auslöse, vielleicht kriege ich ja mal den Brief nicht. Weil das quasi noch über die Mutter finanziert wurde. Und die Mutter kommt von weiter weg. Und die hat eigentlich gesagt, es ist mehr offen. Da bin ich halt auch ein bisschen stutzig geworden. Da habe ich mir gedacht, okay, pass auf, ich mache das so. Ich löse das Auto erst aus. Für mich, ich löse das Auto erst aus, wenn ich hier mindestens die Anzahlung bekommen habe. Ich weiß, es klingt sehr verrückt. Auch dumm von mir, dass ich das überhaupt so gemacht habe. Aber daraus lernt man ja. Auf jeden Fall deswegen nicht zu Hause nachmachen. Gut, muss aber auch erwähnen, man kannte sich schon. Und 10 Kilometer entfernt, also es hättet sich auch so, dass ich irgendwo nach Hamburg oder Bayern oder sowas gemacht habe. Also alles gut. Habe auch gleich gesagt, wenn ich bezahlt würde, tue ich das ruhig, die Karab und das mit. Ist mir egal. Ja, und den Brief habe ich auch einbehalten. Bringt mir aber auch nichts. In dem, an dieser Stelle auch nochmal win. Brief einbehalten bringt nichts. Habe ich natürlich dir nicht gesagt. Weil der Brief liegt bei mir als Händler. Ich gehe zur Zulassungsstelle und sage, ich habe meinen Brief verloren. Dann kriege ich einen neuen. Da gibt es keine Meldung von wegen, der Brief liegt bei der Bank oder Sonstiges. Da ist es dann hinterlegt. Bei mir ist es nicht hinterlegt. Und auch ein Kaufvertrag bringt dir da an dieser Stelle auch nichts. Klar kannst du dein Geld einfordern, aber bringt dir erstmal alles nichts. Ja, auf jeden Fall habe ich das Fahrzeug nicht ausgelöst. Das war der Teil von meiner Abmachung, den ich nicht gehalten habe. Aber die Abmachung von der anderen Seite war, mir das Geld zu bringen, beziehungsweise mindestens die Anzahlung, wurde auch nicht gemacht. Ja, so führt dann auf jeden Fall eins zum anderen. Und dann habe ich irgendwann die Rückmeldung bekommen. Aber auch an dieser Stelle wirklich, das waren trotzdem sehr nette Leute. Also an dieser Stelle habe ich auch, wir haben dann auch quasi immer kommuniziert, aber die arbeiten halt auch sehr viel. Und auch im Pflegedienst und immer alle zwei, drei Tage habe ich erst eine Antwort bekommen. Da bin ich natürlich nervös geworden. Das ist ja klar. Dann sehe ich nicht ein, mein Auto ist draußen, ich habe kein Geld bekommen. Das andere Auto steht zwar hier. Soll ich auslösen? Das heißt, ich habe da kein Geld bekommen. Ich soll da noch Geld ausgeben. Weiß nicht, ob ich den Brief kriege? Das war mir dann alles ein bisschen, wurde mir immer, da habe ich immer ein mulmigeres Bauchgefühl bekommen. Auf jeden Fall war man ja nicht so erfreut, dass ich das nicht ausgelöst habe und das Auto nicht repariert habe. Ich habe auch gesagt, ich sage, ey, ich repariere das, das ist gar kein Problem. Aber ich werde das nicht reparieren, wenn ich noch nicht einen Cent bekommen habe. Ich sage, das sind ja auch wieder 300, 400 Euro, die ich investiere. So, dann hieß es auf einmal, die Kupplung wäre runter. Ich sage, Moment mal, ich habe das erwähnt, dass die Kupplung meines Erachtens sehr spät kommt und ich sollte das testen. Für ihn war alles in Ordnung. Aber es hat dann auch angefangen, beim Rückwärtsgang zu ruckeln und sowas. Da habe ich gesagt, ey, ist auch vollkommen in Ordnung. Ist verständlich, hatte auch das Gefühl. Und dann hat sich das jetzt nun bestätigt, nach zwei Wochen oder drei Wochen. Ja, dann habe ich auf jeden Fall gesagt, gut, aber das ersetze ich nicht. Da habe ich gesagt, ich sehe das nicht ein, ich habe noch keinen Cent bekommen. Und die haben es halt nicht eingesehen, für ein defektes Fahrzeug zu bezahlen. Ich habe gesagt, ja, dann sehen wir es mal weiter. Er sagt, ja, es ist ein Termin bei der Werkstatt und danach werden wir sprechen. Ich sage, alles klar, dann machen wir das so. Dann war ein Termin bei der Werkstatt, an einem Mittwoch. Und ich habe dann immer noch keine Rückmeldung bekommen. So, er sagt, ja, es ist wahrscheinlich mehr defekt und dieses. Ich sage, ja, ich möchte jetzt wissen, was mit dem Auto ist, was jetzt passiert und was wir machen. Weil ich sehe es jetzt nicht ein. Und ja, ich sehe es auch nicht ein, Auto zu kaufen und jetzt nochmal 2.000 Euro für die Kupplung zu bezahlen. Ich sage, das ist doch gar nicht so. Wer sagt, dass es erstens, wer sagt, dass es 1.000 oder 2.000 Euro kostet? Und zweitens, wer sagt, dass ihr es ersetzen müsst? Ich sage, ich sage jetzt an dieser Stelle, wo ich kein Geld bekommen habe, dass ich nicht bezahle. Ganz klar. Ich habe natürlich auch das andere Fahrzeug nicht ausgelöst. Dann hat es halt dazu geführt, dass ich sage, ja, pass auf, ich habe die Schnauze voll. Es ist jetzt genau einen Monat vergangen. Habe ich Jonas Abi genommen. Ich sage, Jonas, komm, wir drehen eine Runde. Also, okay. Ich sage, komm, ich muss was abchecken, Alter. Es geht um das Auto, so, so, so. Ich habe ein bisschen Mist gebaut. Das war richtig dumm von mir. Ich sage, wir müssen das Auto jetzt entweder wegholen oder schon mein Geld da weg. Eins von beiden, ne. Wir sind dann da hingefahren. Ja, komm mit. Er sagt, meinst du, das ist jetzt eine gute Idee? Ich sage, nee, das wird so ein Eindruck, den wir eigentlich gar nicht erwecken wollen, ne. Jonas ist dann im Auto geblieben. Ich reingegangen. Hier klingelt, reingegangen. War mir auch egal, welche Uhrzeit, welcher Tag. Ich habe gesehen, beide Autos stehen. Ich bin einfach hingegangen. Habe gesagt, hier, so, so. Ich sage, Mittwoch war der Termin. Wir haben es heute Samstag. Was ist denn nun? Ihr sagt, es ist mehr kaputt. Was ist denn nun mit dem Auto? Ja, die Lambda-Sonde und die Kupplung. Ich sage, ja, okay, das weiß ich doch. Ja, wir können nicht das Auto bezahlen oder noch die Lambda-Sonde. Ich sage, das habe ich nie gesagt. Ich habe die Lambda-Sonde, habe ich gesagt. Repariere ich. Sofort, als es ist defekt, habe ich gesagt, ich repariere es. Ich sage, nach drei Wochen oder zwei Wochen höre ich, dass die Kupplung runter ist und ihr bezahlt mir mein Geld nicht. Warum soll ich die reparieren? Ich sage, ihr bezahlt mir das Auto jetzt und wir reden über alles. Ich sage, das kostet nie im Leben. 500 Euro kostet das nicht. Also mich. Ich sage, das kann ich doch machen. Ich sage, aber ich kann nicht handeln, wenn ich noch nicht einen Cent bekommen habe. Das geht nicht. Und wenn die Kommunikation alle zwei, drei Tage erfolgt, dann, ey, warum soll ich das andere Auto auslösen? Ich fühle mich voll verarscht. Ja, und wir auch, weil du das Auto nicht reparierst. Ich sage, ich sehe das Auto noch nicht mal. Ich höre nichts von euch. Das geht doch nicht. Ich sage, bezahlt das Auto. Gib mir das Auto. Ich repariere alles. Und fertig. Dann ist doch alles gut. Ich sage, entweder kriege ich jetzt, aber alles im Beruhigen haben wir, alles vernünftig geklärt. War auch wirklich eine angenehme Situation, also eine angenehme Bestimmung. Ich habe gesagt, entweder nehme ich jetzt das Auto mit oder ich kriege jetzt das Geld. Ja, das Geld habe ich jetzt noch nicht. Ich sage, okay, dann nehme ich jetzt das Auto mit. Also alles klar. Ich sage, fertig. Gib mir beide Schlüssel. Sommerreifen einladen. Ich nehme das Auto mit. Ja, ich komme nicht zur Arbeit. Ich sage, das ist nicht mein Problem. Ich sage, da musst du gucken. Ich sage, wenn du willst, kannst du ein anderes Auto von mir haben. Ein günstigeres Auto, wenn du das bezahlen willst. Musst du aber nicht. Ich würde auch das Auto dann, was ich ablösen soll, auslösen. Und ich könnte von mir ein anderes Auto günstiger werden, wenn es an dem Geld liegt. Ja, okay, machen wir so, machen wir so. Ich komme dann morgen vorbei oder Montag spätestens. Dann machen wir alles schriftlich und voll machen wegen Anmelding. Ich sage, ja, gar kein Problem. Dieses Auto wird abgemeldet. Und fertig. Und das ist wieder mein Auto. Wobei, es war die ganze Zeit eigentlich mein Auto. War auf jeden Fall ein sehr großer Fehler von mir. Wird auf jeden Fall nicht mehr vollkommen. Ich kann beide Seiten auch verstehen. Ich kann natürlich auch verstehen, wenn ich das Auto nicht instand setze, dass sie es nicht bezahlen wollen. Aber das ist eigentlich meiner Meinung nach eine billige Ausrede. Weil ich habe gesagt, ich mache das, aber ich will das Geld haben. Natürlich, wenn das, das und das kommt, sage ich, ich mache gar nichts mehr. Weil ich halt noch kein Geld bekommen habe. Ich will auch Druck ausüben auf irgendeine Art und Weise. Gut, weil mir war es auch lieber, dass ich mir das Auto einfach zurückgegeben. Weil das sind Werte. Das sind Werte. Das ist Geld. Und das ist ja mein Recht. Klar haben die auch ein Recht auf Reparatur, aber nicht in so einem Fall. Ja, auf jeden Fall, dann haben die mir auf jeden Fall abgesagt wegen dem anderen Auto. Und dann war ich natürlich auch pissig. War natürlich auch meine Stimmung hier. Die haben das Auto einen Monat gehabt. Ich habe die Anmeldung bezahlt. Es sind circa 1.000, es war 112, jetzt steht 114. Die sagen, ich habe gesagt 2.000 Kilometer, die sind 1.000 Kilometer gefahren. Das Auto muss natürlich komplett aufbereitet werden. Es ist ein Halter mehr drin. Ja, und natürlich die ganzen Bauchschmerzen bis dahin. Was natürlich auch alles gut ist, was auch meine Schuld ist. Aber nicht in so einem Ausmaß, dass ich, habe ich natürlich gedacht, ich will Schadensersatz haben. Es ist ein Halter mehr drin. Ihr habt einen Monat gefahren. Klar habt ihr das andere Auto die Rate auch noch bezahlt, aber das andere Auto hat gestanden. Ihr habt ja mein Auto genutzt, quasi. Ich habe nicht mal das Geld bekommen für die Anmeldung oder Abmeldung. War mir dann doch irgendwann egal. Ich habe diskutiert hin und her, hin und her. Habe ich dann gesagt, weißt du was? Komm, ich mache die Abmeldung sofort. Hätte ich aber auch sowieso gemacht. Das habe ich auch gesagt. Erstmal habe ich natürlich gesagt, ich melde dich ab, solange ich das nicht bezahlt kriege. Da habe ich gesagt, weißt du was? Komm, ich melde die Karre ab. Ich bringe euch euer Auto nach Hause auf den Hof. Schmeiße euch alles in den Briefkasten. Und das war es. Fertig. Ich sage, ich habe gar keinen Bock auf sowas. Ich sage, ich streite mich mit euch hier rum. Für was denn? Ich sage, das ist erstens nicht meine Art. Zweitens habe ich gar keinen Bock darauf. Gar keine Nerven. Ich bin froh, dass ich mein Auto wieder habe. Und fertig. Der wird jetzt schick gemacht. Dann Kupplung haben wir gewechselt. Wunderbar. Ich habe den Kupplungssatz gekauft. Und ich habe einen Sportpreis bekommen. Was heißt Sportpreis? Ich habe auf jeden Fall einen sehr fairen Preis bekommen. Mit Rabatt als Händler. Jetzt machen wir noch das mit der Motorlampe. Und also ist es wirklich top Auto. Check-Eff gepflegt. Ja, in diesem Sinne zieht auf jeden Fall auch eure Lehren daraus. Wie gesagt, das war mein Fehler. Ist eigentlich auch aus der Erfahrung heraus ein dummer Fehler gewesen. Aber gut. Man hat sich halt irgendwie verstanden. Man hat sich auch darauf verlassen. Wird aber auf jeden Fall so und in diesem Ausmaß überhaupt nicht mehr vorkommen. Klar, wenn jetzt einige sagen, wie kann man so blöd sein, dieser Triller. Aber ihr müsst natürlich auch die Situation des Händlers verstehen. Der Händler hat Werte dastehen. Autos. Geld ist investiert. Platz ist voll. Es ist Dezember. Klar, wenn man verkaufen. Und wenn das Geld dann ein, zwei, drei Wochen später kommt. In dem Fall war es halt so, dass man das Auto einfach schon vorher rausgegeben hat. Das war halt der Fehler. Und die Frage ist halt, hätte ich das alles repariert? Hätte ich noch mal Geld investiert? Hätte ich mein Geld bekommen? Das waren natürlich auch dann meine Bedenken dahinter. Ja, und dann war mir das auch mit der Ablösung von dem anderen Fahrzeug viel zu kompliziert, weil die Mutter ganz komisch war. Ich habe dann E-Mails bekommen von der, von den Verkäuferinnen von dem Fahrzeug. Aber es finanziert über die Mutter. Ich habe E-Mails bekommen, wo die sich gegenseitig streiten und gesagt wird, es wird die Polizei alarmiert. Aber nicht auf mich bezogen, sondern auf die sich gegenseitig, wo das Fahrzeug ist. Warum das nicht abgemeldet, warum das abgemeldet ist und was mit der Finanzierung ist. Also ganz verrückte Sache. Aber gut, das ist nicht unsere Sache. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bisschen verrückte Story. Wir holen euch jetzt was zu essen, Erik. Und ja, an dieser Stelle, ihr wisst alle, was zu tun ist. Bleibt alle gesund. Esst ab und zu mal einen Döner, trinkt viel Wasser und dann sehen wir uns auch im nächsten Video. Bis dann.